Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silber und du bist unkaputtbar. Da mag mir jetzt mancher widersprechen, der gerade sich so kaputt fühlt und so vom Leben geschleudert. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass es in dir etwas gibt, das unkaputtbar ist. Davon bin ich sehr überzeugt. Und ich habe da ja gute Fürsprecher schon, Marc Aurel, der hat wirklich so 120 nach Christus gelebt oder so, sagt, du hast in dir eine Quelle, die nie versiegt, wenn du zu graben feststehst. Oder auch moderne Schriftsteller Markus Liedtke spricht davon, da ist eine Quelle gleich neben der Verzweiflungsschwelle. Im warmen Lichte wartet sie. Also da ist etwas in dir, was deinen Wert ausmacht, was unkaputtbar ist, was nicht davon abhängig ist, ob andere dich toll finden oder niedermachen oder was weiß ich, oder was das Leben gerade alles mit dir macht. Das hat damit nichts zu tun. Du hast deinen Wert einfach, weil du du bist. Weil du die Person bist mit all diesen Talenten und Kostbarkeiten und das ist unkaputtbar. Das gehört zu dir, egal was kommt, welche Stürme gerade blasen. Und daran wollte ich dich erinnern, an diesen kleinen Rückzugsort, der so kostbar ist in dir. Viel Spaß beim Tauchen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020